hallo und herzlich willkommen zu spada breaks heute die 66 79 aus dem jahr 1991 mit 71 teilen zwei minifiguren ich zeige euch mal die beiden figuren sind beide identisch haben nur ja ein ziemlich cool look mit weste und helm unter dem helm standard kopf unter der weste ist der torso nicht bedruckt das zeige ich euch eben ein einfacher weißer torso ja nichts drauf nichts zu sehen weißer torso kein print aber ist vollkommen in ordnung denn die weste bedeckt das ja und allein die helme mit dem schwarzen visier finde ich machen eine menge wett dann haben wir die anleitung ist ein bisschen zerfettet jetzt das schiff das schiff schreit nach aufklebern 1234 aufklären wobei ihr seht diese beiden hier die gehen einfach ab die gehen einfach ab die sind einfach katastrophe also sie sind wirklich ja was soll ich sagen schrecklich die aufkleber ich weiß nicht wie man die wieder retten kann keine ahnung ansonsten das schiff ist an sich hat das ein cool look schwarz-rot hat hier unten damit man über teppich schieben kann diese inverted plates in rund hat das auch vorne seht ihr etwas angehören erhöht dass das schiff immer so ist damit das so durch die wellen geht und ja ansonsten wie gesagt ein schönes schiff motor wird auch noch angedeutet ich glaube das ist mein lieblingsschiff mit dem ich als kind gespielt habe und ich glaube so kann man es festhalten insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem set das finde ich sehr cool da hat das hat jetzt nicht so super viel also es hat nicht spielwert im sinne von hier passiert viel haben ein paar walkie talkies dran aber hier passiert auch nicht viel aber es hat einfach einen cool look und man kann halt nur durch die gegend fahren und das war's in dem sinne hoffe ich es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten mal bis dahin tschüss bis dahin tschüss